so meine freunde willkommen zurück und zwar sind es ein tag vergangen zeit ich weiß noch was wir gemacht haben und es gibt eine kleine neuerung und zwar höre ich mich jetzt selber was am anfang 100 pro erst mal ein bisschen ungewohnt sein wird das heißt es kann sein dass ich mich praktisch an mir selber verschlucke weil mich das echt irritiert mich selber zu hören aber dafür dürfte es keine endlosen passagen geben wo ich vergesse das mikrofon einzuschalten so und dann gehen wir auch zurück zu uns ja heute wollen wir richtig schön verwirrung stecken haus vom feinsten das audio jetzt auf mich warten ja wer stört den fluss des chaos der sagt bis ein agent des chaos anzugreifen und dann das plan ändern ja kämpfen gegen oh ihr seid nichts gegen meine armee zu untätigkeit verdammt ihr braucht schon viel sieg des chaos gewiss hat er gewiss hat er hat er für schöne attacke hüpfzeiten schaden zu verleiht blitz 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 unfechtbarkeit mit diesem gewiss sind feinde in der led hütt mich dann mal auf wenn ich dran bin ja man geht stress äh klaus das ist auch die 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 Wenn ich so nicht bewegen kann, macht das so verdammt nichts. Mit meinem Superspeed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Ja, ja, ja. So, dann wollen wir ihm mal einen Einzelnen. Ach, verdammt. War das die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Beuge dich, Chaos, oder zahle Dinge. Ach, Mensch, schon wieder. Auto! Weg da! Und wir spielen hier. Puh, geschafft. Zeig uns, was du drauf hast. Ach, warte mal, warte mal. So. So. Ähm. Und wir haben zwei hier in der Reihe. Und mit dem zweiten und dem dauernd. Und ja! Das gibt garantiert eine Narbe! Ich schaffe doch! Ich bin drin! Okay! So. Okay. Ähm. Okay. Ist das kein Scheiß. So. Darf ich das Welt hier mal machen? Besser! Okay. Das klingt so nicht. Der Röder kann so einfach innen. Ach, okay. Ja, und ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Ich bin dran. Scheiße, hat der aber so ein mitzuziehen? Okay. Was liegt das, was ich auch für in Städtel? Was ist denn mit Rückschloß? Da finde ich auf der Quälte und... Fuck. Welche Scheißfähigkeit soll ich einsetzen? Ja, Moment, Moment. Bin da schon dabei, Quälte? Scheiße, Schöpchen. Bin da oben mit Rückschloß. Ah, ich würde... Ich muss nicht ein Feld blockieren. Scheiße. Was bedeutet die Kuh? Was ist denn da noch? Siehst du? Wir machen mal das. Omega, verschneißer! Ach, so träge! Ach, verlangsam? Chaos, Zeit! Oder wieso? Lust auf ne Runde! Chaos! Rache! Alles okay, Supercrack? Klar, der geht super! Jetzt aber schnell! So, ähm... Da hatte doch was. Ich kann nur... ...fein über den Leben. Was ist denn, das ist ein Blatt und die Bündel? Nein, nein. Nee, das hinst du schon nicht. Oh! 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 Ja, ne? Oh! Oh! So! Nein! Oh! Ich dachte, das reicht! Und... So! ...was kann ich schützen! Oh! 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 Das war aber der falsche Szene. So, das sieht schon besser aus, jetzt nur ganz kurz was kontrollieren. Jetzt entscheidend, da wird der Bildschirm durchgelegt, das tut mir sehr lange. Verdammt, jetzt sollte wieder alles funktionieren. So, woher waren wir denn? Wir sind dran. Was ist die Superkraft vor dem Arsch, Paulheit? Ja, jetzt machen wir keinen Stress. So, da haben wir eine Rückstörung, ein Zimmer down. Dann machen wir wieder das hier mit Rückstörung. Und los, das habe ich auch gesehen. Jawoll. Oh, fuck. Es ist keine Zeit! So. So. Wir sind noch in der Reihe. Ähm. Wir greifen. Wir sind ja eigentlich. Wir sind mal ein von den down. Und erreichen auch wirklich. So. 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 Ich hoffe, ich bin nicht. So. Ich weiß nicht, was... Erhalte einen Block und mach den Gegner mit. So. Das kann ein Block. Und wir können ihnen auch einen Daumen schicken. Kann man mal drücken. Ringen wir das, oder was? Ja, mach mal keinen Stress. Ich hab Geld um vor dem Tag. Ja, sieg rein. Ja, Entschuldigung, Quake. Warte, kam sie gleich vorbei. Mal sehen wir zuletzt, Lach. So. So. Let's read through muscles. Five muscles. Ah, Mann. Glückwunsch, Superfreunde. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Du hast gewonnen. Fahrle ist raketenbausat. Mit 12 Cent. Okay. So. 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 Ähm. Wir sind. Wir sind hier. Ähm. Wo wollt man denn hin? Nutze die Gasse und zum Wieschen. So kommen. Moskito. Monikdorf. Und noch eine andere Aufgabe. Wie sehe ich die? Ähm. Wiederfinden. LB. Das ist LB. Der Vater. Maxim der Kirche. So. Blau waren ja Hauptmission. Ne. Finde raus. Ja. Wenn die Autos. Okay. Das war bestimmt. Ein bisschen später. Ja. Ich nehme an, dass man das hat. Später. Wir konsumieren sie erstmal beim Hauptmission. So. Triff Vater Maxi. Dann sagen wir gehen erstmal zu Moskito. Äh. Achso. Ist schon. Das heißt, wir müssen nach links und dann hoch am Post. Gut. Wir sind hier schon rein. Uh. Hallo. Ach. Mrs. Marsh. Frau für die neue Nase sieht besser aus als die alte. Das hoffe ich doch auch. Ist das nicht gleich. Ähm. Ähm. Ich dachte dann. Was ist ein Versteigungsaktion für Brustoperationen? Ja. Juckt es hier drin oder ist das nur mein Gesicht? Äh. Das ist dein Gesicht überhaupt nicht? Ah. Da kann ich auch nicht mehr. Nächstes Mal bring ich meine eigenen Zeitschriften mit. Nächstes Mal bring ich meine eigenen Zeitschriften mit. Ich würde gern sein Gesicht sehen. In der Nase. Ähm. Arschmeister. Äh. Äh. Kann man hier irgendwas runterhauen? Was ist denn mit mir hier? Ah. Was ist denn mit mir hier? Ich hätte die Hoffnung, dass hier vielleicht einem die Nase abfällt. Was zum Teufel? Ah. Was ist denn mit mir hier? Ah. Es könnte doch alle gar nichts mehr rüchen. Alter. Wie Halloween, Wunderarsch. Moment. Ist überhaupt Halloween? Hatte ich mich grad Wunderarsch genannt? Ich hab was Neues. Und für dein Äußeres besteht auch immer noch Hoffnung. Äh. Bist du so unhilflich. Äh. Was hat denn die Schönes? Äh. Schellfokalisator. Ja. Rückstoßkomposchaden. Ultimativkraft. Machtanträume minus 5. Äh. Hohe Wagenknopf. Ach. Hier können wir noch mehr fürs Kostüm. Und Komponenten. Brauchen wir die für irgendwas? Ich hab schon einige Horrors. Du wirst sehr glücklich damit sein. Für irgendwas brauchen wir Kleber. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn wir dann gleich mal im Menü schauen. Schauen lassen wir uns mal an. Können wir irgendwelchen Müll verkaufen? Drückst du den von mir? Ja. Mach ich. Komm mir rein. Ja. Okay. Was gibt denn hier Schönes? Ja. Habt ihr auch. Die Hautlappenzange. Uah. Ich seh was. Ich seh was. Und. Ah. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Das heißt. Es fehlen noch 2. Noch was. Nein. Kann wir es runterschießen? Nein. So. Jetzt gucken wir mal kurz beim Crafting. Genau. So. So. Mal gucken. Charakterbogen. War das hier? Ne. Autofakteklausel. Autofakteklausel. Äh.. Und da haben wir hier erst mal nicht mehr. Nur gut zu wissen, dass es hier noch ein Schock ist. Habe ich gerade Brustimplantate gefunden? Was soll das? Das ist eben... Oh, Katze. Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit dir reden. Ja, wir sind beleidigend alle. Wir sind doch hübsch. Ach. Wie hieß die Folge? Ich weiß... Oh, ich habe es vergessen. Die war auch so super genial. Da muss es doch ein bisschen Zeug für uns geben. Wir können gar nicht dazwischen, oder? Ja. Jetzt kommen wir hier hoch, oder? Hm. Ich weiß nicht, was es bringt, aber... Oh. Verbessere Gegengift. Geil. Das ist alles so... Ah! Jajaja. Jajaja... Ja, Mainz! Ja. Diese Crackbabys an der Hand sind einfach... Jetzt kriegen wir Kleber! Schieb viel schwerer! So, dann findet ihr ja bloß mal ein Bild. Ich hab nicht gedacht, dass das so schnell geht. So. Wie war das? In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Das ist die Mutter von Wendy. Ah ja. Ähm, stimmt. Juhu! Mrs. Tixberger, jawoll. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke! Jawoll. Kann man so sagen? Kann man was versuchen? Nee. Influencer. Hi. Hi. Interessanter Look, Junge und oder Mädchen. Geschlechter sind mir gleich. So, dann können wir gar nicht kommen. Neben Opa, ein Smartphone, Handy-Warte-Gerät. Ach, finde ich. Ich sollte wirklich den Armen helfen. Ab demnächst. Ja, ja, genau. Dann beklau ihn einfach, wenn wir eine Fußhalte stellen. Und wir haben den Mobile Show. 5G, nothing to sign, everything to get. Ja, ja. Ja, liebe Mitarbeiter, was gibt es hier nichts? Vorherstliche Telefone. Ich liebe es Leuten, zwei Jahresverträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Ja. Ja, das ist echt ein gutes Hobby, mein Freund. Mit Indus können wir ein Foto machen. Aber sonst gibt es ja nichts. Dann quatsch mal erstmal mit dem da vorne. Und dann schauen wir mal. Hi. Ja. Willst du ein Vertrags-Upgrade? Nur zu verständlich. Ja. Du scheinst mit deinem aktuellen Handyvertrag unzufrieden zu sein. Und begrenzter HD-Sound, Video-Voicemail. Damit liegt dir die Welt zu Füßen. Das ist ja geil. Alter, wo kriege ich das? Kriege ich das von dir? Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Ja. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Das ist jetzt immer das selbe, oder? So. Wir haben neues Zubehör. Der Scheiß verkauft sich von selbst. Ah, okay. Und was hast du denn schönes? Ich mach' ja dasselbe irgendwie. Oh. Was? Boombox-Anzug. Boombox-Handschuhe. Boombox-Kopfbedeckung. So. Dann haben wir mal Artefakte und Rezepte. Danke für deinen Einkauf bei D-Mobile. Ja, ja. Achso. Willst du ein Foto machen? Oh, liebend gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Was? Ist das doch nicht so ein blöder Tarif? Oder muss ich vielleicht erst mal was bei dir kaufen? Nein, ist hier... Ist das Logitech? Oh, nee! Es sieht doch aus wie eine Logitech-Maus hier. Wie entscheide ich mich denn für einen Tarif? Muss ich was bei dir kaufen? Wir haben so wenig. So was günstig. Äh, D-Mobile-Angebot. Äh, versüße einen D-Mobile-Mitarbeiter den Tag und entscheide dich für dieses Angebot. Jetzt mit 10% mehr. Verarscht. Als die Konkurrenz. Boah, 30 Dollar. Schau bald wieder rein! Ne, ich glaube nicht. Ganz schön teuer hier. Heiße. Oh, die Verarscher. Oh, die Verarscher. Ist die Gasse, wo wir hin sollen? Ah. 15 Cent. Das bringt ne ganze Menge, ne? Und hier was? Ja, da. Außer. Wogenfleisch. Das ist ja lecker. Schön, dass wir das hier in der Gasse finden. Da fühlen wir uns auf jeden Fall wohl. Macaroni aus einem alten Kühlschrank. Das ist auf jeden Fall echt spitze. Das hat man gar nie besser haben wollen. Na gut. Hä? Michelin? Ja. Hat die Katze gehört, oder? Da müsste ich ja nicht irgendwo... Hä? Ach, muss ich los was proben? Na ja, war doch heute noch hier drin. Ne, er ist jetzt im... Ich vergesse mich wie sein Laden ist. Ja, das sieht ja seltsich aus hier. Schade. Oh nein, echt. Gehl. Schwierigkeitsgrad 4. Ich dachte 3 wäre das höchste. Ah, ist aber schlecht. Ich koche hier. Ja, ich koche hier. Ich koche hier. Ich koche hier. Wie ist es das? Ja, ich koche hier. Ach man, das war echt schlecht. Am Toilette A spürbar. Hi, rüber reden. Du kleines Monster! Was? Bist du am Ende auch noch stolz darauf? Jaaaa! So. Oh, bisschen Post. Hast du den Ebola-Test gemacht? Oh, ich stehe da jetzt. Uns fehlt auf jeden Fall noch... Uns fehlt noch eine Fähigkeit. Was für ein Power-Wheel? Oh! Oh! Ja, ähm... Okay. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Das Family Million Medical Fire Chicken... Das klingt auf jeden Fall sehr gesund. Ja, von euch... Wir wollen eigentlich alle keinen Sperrchen machen. Wie weiß ich das? Erinnerst du Daktari? Ich erinnere am coolsten von dich Clarence. Ja, erinnerst? Erinnerst du? Erinnerst du Wonder Woman's unsichtbaren Jet? Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Okay, okay. Gucken, wir machen was wir können. So, ganz kurz drüßen, klein weiter drauf. So langsam wird es jetzt zum Reizus. Ne, ist ja echt übenteil oder so. Achtung, mit dem Maus verschwindet gar nicht mehr. Der muss doch keinen Pfeil ablenken lassen. Schmucki? Hi, und willkommen, Raisins. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi. Ja, ich komme. Hier, Schnucki. Hier, Schnucki. Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Ja, wieso? Der ist besetzt. Hier, Schnucki. Drei, Schnucki, Schlucki. Hier, Schnucki. Ich hab's von Neu unbelievable. Ich habe schon ein Strafo Verf gang gemacht. Ich konnte es nicht tun, Schuhe, Schuhe. Das ist nichts mehr zu reden. Frau,leader! Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. But? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm going to do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck Frenchie Jicks. Super Craig. Super Craig.